Hey! Und herzlich willkommen zurück zu PCE, Drastic AI, der Server ist voll und ich und Gretak sind diesmal allein, weil Miro gerade was anderes macht und wir gehen auf Jagd! Ich gehe auf Jagd! Komm her Mensch! Mensch! Ich brauche ein bisschen Hilfe hier bei dir alle hier. Oh Gott, ich bin in den Tod geschwungen. Passiert. Shit happens. Ja, ich war so geil den anzuspringen, da bin ich gestorben. Ach. Passiert. Shit happens. Krieg dich! Oder nicht! Jetzt hab ich dir dauerlich die Sau! Ey, die das nervt, ey! Ja, ich hab... Ja, sie hat ihn! So. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaa! Ey! Komm her, du Asiater, oder was du auch bist! Au! Das hat mich erledigt! Kannst echt nur noch rumzappeln, ey! Das ist echt ein guter Sniper zu sein. Ich töte alles! Oh, das war cool! Fahre mit Dark runter und dann... AHHHHH! Weg damit! AHH! Pyro! Kann kein Mensch aussprechen, aber wird schon schlimm! Oh Gott! Du scheiß Sniper! Aua! Ich eile, ich eile, ich helfe, ich helfe, ich helfe! Ich kann nicht alles hacken! Oh Gott! Aua! Jetzt kommen die ganzen Menschen alle hier! AHHHHH! Ich bin gestorben! Alter! Ich höre zwar, you killing me. Weil ihm danach ist. AHHHHH! Ich komme durchs Portal! Ich komme jetzt durchs Portal! Tschüss! Yeah! Ich bin Portal-Killer! Ich bin Portal-Killer! Nein! Ich bin flippt! Tschüss! Auf Wiedersehen! Dankeschön! Auf Wiedersehen! Oh! Auf Gottes Willen! Passiv! Für passive Leute! Oh Gott! Ich darf hier nicht rum rennen! Aggressivo, agressivo, rapdoa! Ah, knallt sie weg, jawoll! Ah, herrlich. Das tut gut. Na? Aua! Ah! Bei der Alten musst du echt rumtricksen. Gott! Ja! Oh, heiland, meine Stirne! Nett gemeint, aber damit kann ich nichts anfangen. Friendly Sniper hat mir grad seine Heilbox zugeworfen. Wenn sie meint? Da hab ich gesagt, nein, da danke, nett gemeint, aber ich kann's nicht gebrauchen. Nein! Verfatzt euch alle Bilder! Hä? Helpt mir! Hallo, bist du verrückt? Ich hätte beide getötet! Bist du verrückt? Geh da weg! Nein! Ich bin verrückt! Ich will lebe! 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 Ah! Au! Rob the gang! In the house! Was ist hier los, ey? Naja, wir haben halt keine Regeln, ne? Wie auf den anderen Servern. Stundenlang nicht! Meine Stundenlang ist gar nicht los! Ja, ich hab sie! Hier herrscht Anarchie! Ah! Der Trapper da hinten, der schießt mich an. Ich spring ihn an! Alter, ich hab sogar noch gepunktet bei dem Job! Wow! Wie ist der jetzt gerade gestorben? Ich, also einer ist, entweder bist du oder er ist auf seine Mieten getreten und ihr seid beide draufgegangen. Yeah! Ja! Ich bin Jumpbrecher! Ich bin Jumpbrecher! Beim Screenshot beinahe erchancen! Weht kurz vorm Tod! Nein, nein, nein! Wir werden doch wohl nicht kämpfen! Ich muss dafür näher ran! Ah, jetzt ist er, äh, jetzt ist er, äh, Pathfinder! Der ehemalige Sniper! Der geht Wassercampen! Nein? Au! Au! No, 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 no Als Paarfeinder ist er für mich leichter Beute. Er hätte immer Sniper bleiben sollen. Er wären seine Chancen größer gewesen. Raptor, warum hast du denn du hast keine Freunde? Guck mal, jetzt ist hier irgendwie alles Paarfeinder. Ja! Ja! Ich hab den Scheiß-Water-Camp-Boom gebracht! Scheiß-Water-Camp-Pass! So! Vor mir kommt jemand weg! Jawoll! Raptoren! Raptoren rudelt in der Haus! Na komm, haltet mal die Klappe! Wir kämpfen wie wir wollen! Kannst du schreiben? Pouncen ist erlaubt! Das andere wird hier angesprungen! Das andere wird hier angesprungen! Oh! Oh, die Chill-Area! Daher ist es für mich und ich da, ne? Ja! Die Chill-Area ist jetzt im Moment überhaupt nicht safe! Äh... Ja... Äh... Wie oben gekillt werden? Nie! Oh, wo der steht! Chill-Area ist hier! Guck mal, geht's denn jetzt noch? Oh, schön! Der ist mir voll in die Arme gesprungen! Wer nicht sagt, dem kann ich kein Leben geben, ne? No... Ah, guck mal! Ah, guck mal! Ja, das sind natürlich die... ...die Flug-Saurier! Ah! Hallo! Da gehen sie halt! Oh, dich aber! Dich, nebis! Dich, nebis! Oh, dich, nebis! Komm her, du! Komm her, du! Oh, scheiße! Wollt's da geben! Oh! Ich wollte's doch richtig geben und dann hat der Rex ihn gefräßt! Na, hauptsache tot! Oh, wie schön, ey! Der springt mir jetzt schon das dritte Mal in den Arm! Aber so richtig! Eigentlich sollte die Musik hier unten spielen und nicht auf der Plattform! Das ist meistens immer besser, wenn die nicht auf der Plattform spielt! Oh! 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 Passive player playing als passive... ...in... ...the... ...shill area... Passive player playing all... playing dynos Dynos Was hat er gesagt? This server has a run limit? No Aber die Menschen werden den Scharen wegrennen, wenn jetzt alle T-Rex spielen Ja, sie dürfen aber campen, ne? Sie können ja campen, nur nicht um... Camping ist erlaubt, nur nicht im Wasser, das kannst du schreiben Ja Wenn das jetzt so sein sollte Hat sich ja keiner beschwert Hallo! Oh, schade. Glück gehabt! Haha Das ist mein Mensch, verpiss doch ihr Fetten! Das ist mein Mensch! Vier Terran, ja hier gibt's kein Terran, damit Yes! Blöder Tücher Scheiß bitte, im Rollen sind meine Kille Weißt du, ich will richtig viel spielen und da kommst du und Fetter meint sich ein bisschen zu müssen Mensch! Ja, das passiert immer Aber da kannst du ihnen gehen, wo du willst Am besten schreibst du, dass das, wenn ihnen zu viele Terranen sind halt, dass sie unten drunter campen können Nur nicht im Box hat das, das ist nämlich unwirrt Stimmt, ja Ey! Ja, jetzt muss er campen gehen, ne? Äh 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 So, warte mal Sag mal Sona und der, okay Äh Sona, 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 Sona Ich will hier nicht, weil ich hier so viele Leuteí sen Da verlier ich einfach mal den Überblick So Dafür bin ich jetzt gestorben Sona Und jetzt Ich bin für dein Leben gestorben, ja. Genau. So. Nein! Nein! So. So. Wow, zack, raus mit dem. Können die meine Kinder, die diejenigen, die Leben haben, dürfen eigentlich nicht kämpfen. Seit denn, sie werden angeschossen. Ja. Muss man denen auch noch sagen. Äh, no. Yes, no. Also. Sie dürfen hier alles machen, nur nicht Wasser kämpfen. Genau. Und mit HP töten. Ja, das auch. Aber das ist ja Sonderregel. Das sind ja die Regeln, wenn der Admin halt Leben geht. Ja, der Spieler muss trotzdem damit vernünftig umgehen. Ja. Nicht, dass die sich da sagen, hier ätsche bätsche Menschen hier. Ich hab Leben, ihr nicht. Äh. Ach bloß, es gibt doch Leute, die nicht wissen, was Wasser kämpfen ist. Ich bin ja erstaunt. Au. Ja. Zack. Ich sollte sich mal alle da oben hinstellen, dann würde ich sehen, wer hier... Ja. Okay, Spark steht davor, aber... Wenn ich sehen würde, wer da steht, dann hätte ich ja gar kein Problem. Dagegen soll alle leben. Oh shit. Tschüss. Warte mal, ich schreib noch mal. Menschen sollten nicht auf der Shield Area stehen, weil die werden eh getötet. Na. Was soll denn sie am HP? Ja, aber ein Dino kann ich trotzdem fressen. Achso, na stimmt. Ich werde die Shield Area wahrscheinlich bald umändern. Äh, schreit! Vielleicht oben auf dem Berg, wa? Ja, ich warte, warte, das sind Raptoren, die können nur da hoch. Also werde ich das so machen. Sag ihnen, wo ich jetzt hingehe, das ist die neue Shield Area. Dann ist endlich mal hoch. So. Da wo ich stehe, Leute, da bin ich. Da ist die neue Shield Area. Not in the Shield Area. Jetzt... Ich hätte schon besser auf Englisch. Wetter. B-E-T-T-E-R. B-E-T-T-E-R. So. Weißt du, da gehst du aus dem Grockmood raus, und wirst gleich niedergeschossen. geschossen das ist unfassbar dafür muss man wieder der die mal wieder herhalten kannst du mal dem einen sagen dass das ein kill und schild server ist und da wo die schiller ist das ist halt der schild bereich da darf man töten und wenn ihr hat auf dem podest stehen da werden die alle abgeknallt wenn man den deppen mal sagt dass die schilder hier oben ist wo stehst du eigentlich ach da auf der wand ja und da wo ich jetzt bin das ist heute der neue bereich wo man stehen sollte ich sie nur markieren könnte es ist so ein wecker hier ok hast du den eigentlich schon mal verwandt ja das ist generell darf der nicht töten dann hat der hp da hat kein hp der mensch so weil er jetzt gerade mal voll den die in die schillerin geballert hat so 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 Vor allen Dingen da oben können sie zugucken was alles passiert, da sind sie Fernseher. Ja. Da ist schon wieder einer am Wasserkampen. Jaaaa. 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 Jaaaaa. Ich komme! Ich steck fest! Ich bin tot! Das heißt... So, mein Freund, wer bist du denn hier eigentlich? Ich habe mich im Auge, wenn du jetzt wieder da runter gehst, dann kriegst du es immer mit mir zu tun. So, mein Freund, wer bist du denn?